Hallo Leute, was geht? Willkommen zu meinem Infovideo. Ich hatte schon vor, das Video früher hochzuladen, aber ich denke, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Ja, ich werde hier auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist ein neuer Shop. Ja, ich habe jetzt einen Paypal Shop und ich sage mal, zur Eröffnung habe ich jetzt auch meine Preise gesenkt. Außerdem kann man jetzt insgesamt mit Paypal, Paysafe und Promotion bezahlen. Promotion heißt Shoutout und Abo-Box von dem Klienten. Allerdings wird die Promotion erst ab einer bestimmten Abonnentenanzahl freigeschaltet. Ein Banner kostet 5 Euro oder wird ab 1000 Abos freigeschaltet. Intros kosten 5 Euro oder 1000 Abos. Outros kosten auch 5 Euro oder 1000 Abos. Und dann gibt es noch das Gesamtpaket für 10 Euro oder 5000 Abos. Im Gesamtpaket ist ein Banner, ein Intro, ein Outro und ein Avatar. Ja, das war es auch schon mit dem Shop. Der zweite Punkt ist, dass ich wieder da bin. Also, wie vielleicht viele bemerkt haben, war ich jetzt eine längere Zeit inaktiv. Dafür entschuldige ich mich, aber natürlich war ich das nicht ohne Grund. Als erstes war mein PC kaputt und hatte deshalb lange Zeit, also was heißt lange Zeit, mehrere Monate keine Programme wie Photoshop oder ähnliches. Das hat mich, wie ich finde, weit zurückgeworfen, also vom, ich sag mal, Skill. Zwischendurch wurde ich auch aus meinem ersten Designer-Clan geworfen mit der Begründung, ich sei zu schlecht. Das war natürlich meine Motivation für mich, um besser zu werden. Aber da ich dann später aus allen Clans bis auf einen geworfen wurde, habe ich dann doch etwas an mir gezweifelt. Für die nötige Motivation hat es dann nicht mehr gereicht, weil ich selber von meinen Designs nicht mehr so überzeugt war. Und dann kam auch noch dazu, dass ich jetzt wieder Schulanfang hatte und ziemlich Stress, ziemlich viel Stress hatte. Oder noch habe, aber es geht mittlerweile wieder. Und auf jeden Fall werde ich mich jetzt wieder ranhalten und üben, sag ich mal. Und ja, das war es auch schon mit meinem Infovideo. Ja, abonnieren, nicht vergessen und haut rein.